Das Cool 365 Shirt von Adidas ist nicht nur für Topathleten gemacht. Auch Freizeitsportler dürfen das kühlende und trockene Laufgefühl in dem Shirt genießen. Adidas setzt hier auf seine Klima-Cool-Faser. Diese sieht nicht nur gut aus, sie hilft dir auch cool zu bleiben. Sie transportiert deinen Schweiß vom Körper weg, sodass das Shirt nicht unangenehm auf deiner Haut klebt. Wie du siehst, wurden verschiedene Materialien verwendet. Diese sorgen für Belüftung an den schweißintensiven Stellen. Zudem wurden geruchshemmende Fasern verwendet, die unerwünschte Gerüche verhindern. Das Adidas Cool 365 Shirt steckt voller technischer Features. Zusammen mit deiner Energie seid ihr ein unschlagbares Team. Hol es dir in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell es direkt hier bei uns im Online-Shop unter runnerspoint.com. Musik